Die vier kleinen Autos Die vier kleinen Autos werden heute lernen, wie man ein Gebäude anstreicht. Autos, seid ihr soweit? Na dann lasst uns anfangen! Ihr braucht Hüte, damit ihr euch nicht mit der Farbe einsaut. Setzt sie auf. Jetzt müssen wir die Gegenstände finden, die man als Maler braucht. Ein Maler streicht Häuser und Gebäude an. Was braucht man dafür? Besen? Nein, eine Schaufel brauchst du auch nicht. Das grüne Auto hat Walzenbürsten gefunden. Damit kannst du malen. Das blaue Auto sucht die Farbe. Die Tube ist zu klein. Die Wasserfarben sind zum Bildermalen. Lass uns einen großen Eimer Farbe nehmen. Das ist genug, um ein Haus anzustreichen. Das rote Auto sucht die Pinsel aus. Und wonach sucht das gelbe Auto? Das sind Abstreifgitter für die Farbe. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Wir schütten die Farbe in das Abstreifgitter. Jetzt rollen wir die Bürste durch die Farbe. Und dann streichen wir die Garage an. Seht ihr? So. Jetzt seid ihr dran. Das grüne Auto streicht das Dach. Das blaue Auto streicht das Tor. Das gelbe und das rote Auto streichen die Wände. Die Garage sieht schön aus. Autos? Hat das Spaß gemacht? Die Autos sind wieder in den Garagen. Sie wollen sich neue Zeichentrickfilme anschauen. Such dir auch einen Zeichentrickfilm aus und schau ihn an. Welches Video soll es sein?